Lil Baby hätte eigentlich das nächste große Ding in der Rap-Industrie werden sollen. Viele haben ihn sogar mit Drake verglichen. Irgendwie ist das aber nicht zustande gekommen. Inzwischen kritisieren sehr viele Leute Lil Baby, viele sind sogar der Meinung, dass er abgestürzt ist. Ob das wirklich stimmt und wie das passieren konnte, dass Leute überhaupt so reden? Ja, darüber machen wir uns heute in diesem Video ein paar Gedanken. Lil Baby ist ein Rapper, welcher seinen krassen Aufstieg an der Seite von Young Dark und Ghana feiern konnte. Anfangs wollte Lil Baby nicht mal rappen, er wollte einfach nur weiter hustlen und Drogen verkaufen, weil ihm das einfach viel mehr Geld eingebracht hat. Im Endeffekt hat aber Young Dark Lil Baby, soweit ich weiß, sogar bezahlt, damit er Musik macht. Denn Lil Baby war anfangs gar kein Rapper. Ghana hat sogar seine ganzen ersten Songs geschrieben. Der Hype kam aber sehr schnell, denn Lil Baby hatte in Atlanta schon einen Namen und die Leute haben einfach seine Realness und seine Attitüde gefeiert. Und durch den Push von Young Dark hat es nicht lange gedauert, bis Lil Baby eigene Erfolge feiern konnte. Irgendwann mal wurde er dann auch bei Quality Control gesigned. Er hatte ein Feature mit Drake, er hat alles auseinandergenommen und ja, seine Prime hat begonnen. Er releasste Mixtape nach Mixtape. Das Kollabo-Album mit Ghana ist komplett durch die Decke gegangen. Das war so der Zeitpunkt, wo Ghana und Lil Baby es zeitgleich endgültig in den Mainstream geschafft haben. Und bro, alles lief gut. Vor allem das Album My Turn wird heute als Klassiker gesehen. Das Ding ist, My Turn ist 2020 rausgekommen. Genauso wie einer der erfolgreichsten Lil Baby Songs. Das war sogar der einzige Song, der auf Platz 1 gechartet ist. The Bigger Picture. Das war damals die Hymne von der ganzen Black Lives Matter Bewegung. Ja, so, das war ja faktisch seine Prime. Und das ist alles 2020 rausgekommen. Und was war 2020? Richtig, Corona. Das heißt, Lil Baby konnte damals keine krassen Shows spielen. Bevor Lil Baby auch The Bigger Picture gedroppt hat, hat er hauptsächlich Trap-Songs gemacht, welche immer den gleichen Style hatten. Die Texte hatten die gleichen Inhalte und die Beats haben sich eigentlich auch immer relativ ähnlich angehört. Genauso wie die Flows. Was eigentlich auch okay ist, das war das Markenzeichen oder besser gesagt ist das Markenzeichen von Lil Baby. Die Leute haben es ja gefeiert. Nur hat man bei The Bigger Picture gesehen, hey, Lil Baby kann auch viel mehr. Lil Baby kann auch ein viel breiteres Publikum erreichen, wenn er wirklich will. Aber irgendwie hat sich Lil Baby dagegen entschieden, diese Linie zu fahren. Er hat nichts mehr gemacht, was so in die Richtung von The Bigger Picture geht, weswegen er auch eine gewisse Zielgruppe nie richtig bedienen konnte, welche ja offensichtlich da war. Ich meine, The Bigger Picture ist wie gesagt der einzige Lil Baby Song, der auf Platz 1 gechartet ist. In den kommenden Jahren hat er dann trotzdem rein zahlentechnisch alles rasiert. Ich meine, der wurde sogar zur fucking WM-Eröffnung oder WM-Finale, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war die WM-Eröffnung eingeladen und hat dort den World Cup Song performt. Das dürfen eigentlich nur die größten Künstler auf diesem Planeten. Ich meine, wen hatten wir 2014? Shakira mit Walker Walker. Das ist ein Welthit. Und Lil Baby war einfach ein Teil vom offiziellen WM-Song 2022 war es, ja, 2022. Und das hat ja gezeigt, Lil Baby hat ja einen gewissen Status erreicht. Nur sind die Fans inzwischen enttäuscht. Das sieht man auch an den Abverkäufen von seinen Touren. Denn er hat letztes Jahr eine Arena-Tour gespielt. Und in die Hallen, die er eigentlich füllen wollte, passen so 20.000 Leute. Das sind Kapazitäten, die eigentlich nur Rapper wie Drake, Travis Scott, J. Cole und wenige andere schaffen. Und Lil Baby, ja, hat sich da vielleicht ein bisschen überschätzt. Denn einige Städte wurden komplett abgesagt, weil Lil Baby es nicht geschafft hat, diese Events auszuverkaufen. Und das, obwohl er Unterstützung von anderen Künstlern hatte, die seine Vorex waren. Und das ist so eine Aussage, die sich bereits ein Jahr vorher, im Jahr 2022, auch schon so bestätigt hat. Denn Lil Baby hat hier sein neues Album rausgehauen. Das war It's Only Me. Das hat jetzt auf den ersten Blick sehr krasse Nummern gemacht. Das war das bestchartende Lil Baby-Album mit den besten Abverkäufen. Ich habe gerade eben nochmal gegoogelt. Das hat 216.000 Einheiten in der ersten Woche verkauft. War aber nur eine Woche in den Top-Ten-Charts. Das ist komplett untypisch für so ein großes Album, dass es sich nur eine Woche lang in den Top-Ten-Charts hält so. Und das hat nochmal gezeigt, okay, hey, die Leute, die feiern dieses Album irgendwie nicht so. Die haben alle reingehört, aber auf lange Sicht pumpt es keiner. Und ich sage euch ehrlich, ich kenne auch keinen, der die neuen Lieder von Lil Baby auf Ernst pumpt. So, kein Disrespect. Ich meine, auf dem Album waren schon coole Dinger drauf, aber irgendwie ist es untergegangen. Das hat aber auch den Grund, dass die Reviews komplett scheiße waren. Jeder hat dieses Album als schlecht bewertet. Und das hatte ganz einfach den Grund, weil dieses Album keinen Fortschritt in Lil Baby seiner Musik gezeigt hat. Seine Musik hat sich eins zu eins gleich angehört, wie bei seinem letzten Album und seinem vorletzten Album. Die Type-Beats waren die gleichen, die Flows waren die gleichen und die Themen waren die gleichen. Und das hat sehr viele Leute enttäuscht. Denn man hat gesehen, hey, Lil Baby kann doch viel mehr. Warum macht er das nicht? Am 20. Dezember 2022 war es dann sogar so weit, dass er zum ersten Mal nicht in den Top 100 vertreten war. Und das seit 176 Wochen. Das zeigt, hey, Lil Baby war 176 Wochen so dominant. Er war die ganze Zeit in den Charts und jetzt auf einmal nicht mehr? Sowas kommt ja nicht aus dem Nix, vor allem wenn er nur kurz vorher ein Album rausgehauen hat. Bin ich jetzt aber der Meinung, dass Lil Baby fell off ist? Nein, Leute, bin ich nicht. Denn Lil Baby ist immer noch ein Riesenkünstler. Der macht immer noch krasse Zahlen. Er hat auch immer noch eine krasse Fanbase. Ich meine, hey, wenn wir jetzt auf seinen YouTube-Kanal gehen, sehen wir, dass er immer noch Millionen von Klicks macht. Ich meine, sein letztes Musikvideo ist vor einem Monat rausgekommen und hat 4,4 Millionen Aufrufe. Das sind immer noch krasse Zahlen, das darf man nicht unterschätzen. Ich bin einfach der Meinung, dass Lil Baby seinen Peak erreicht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal größer sein wird wie zu seiner Prime. Kann passieren so, ich sehe es momentan aber nicht. Aber er ist nicht fell off, er ist immer noch relevant. Ja, und die Sache mit den abgesagten Tourdaten so. Ich sage euch ehrlich, natürlich, ja, Lil Baby und sein Management haben sich hier maßlos überschätzt. Sie haben halt gedacht, dass sie inzwischen die Größe erreicht haben wie ein Drake oder ein Travis Scott, was nicht der Fall ist. Aber man muss auch ehrlich sagen, hey, so ein Stadion auszuverkaufen ist geisteskrankt schwer. Vor allem, wenn du bedenkst, so Tickets für so ein Stadionauftritt sind viel teurer als bei so einer normalen Tour. Außerdem ist die Mucke von Lil Baby jetzt nicht so krass Mainstream wie die von Drake oder Travis Scott. Die tut einfach nicht so ein breites Publikum erreichen. Ja, denn die Hardcore-Lil Baby-Fans können sich zu 80% mit den Texten von Lil Baby einfach identifizieren. Und das sind halt oft Leute aus der Hood aus Amerika. Das ist jetzt auch gar kein Disrespect, aber Leute, die aus solchen Gegenden kommen, haben oft ganz andere Probleme. Die wollen jetzt nicht 100 Dollar ausgeben, nur um zu einem Lil Baby-Konzert zu gehen. Das ist natürlich nicht immer der Fall, aber wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, so ein Travis Scott und so ein Drake, jeder hört die. Die laufen im Radio rauf und runter und deren Texte sind ja oftmals auch viel Mainstream-tauglicher. Weswegen dann auch Leute aus den verschiedensten Schichten, deren Musik hören. Ich will jetzt nicht sagen, dass nur arme Leute Lil Baby hören, so ist gar nicht meine Intention, aber ich denke, ihr checkt schon meinen Case. Lil Baby, seine Fanbase ist halt eine ganz andere als die von Travis, Drake oder J. Cole. Im Großen und Ganzen bin ich aber gespannt, was die nächsten Schritte von Lil Baby sind. Ich glaube, sein nächstes Album wird unglaublich wichtig für ihn als Künstler. Sein nächstes Projekt wird auch safe, unglaublich genau unter die Lupe genommen. Sehr viele Leute werden haten, sehr viele Leute werden sagen, dass Lil Baby mit ist. Und ja, Lil Baby muss es genau diesen Leuten beweisen. Das war jetzt so ein kleines Talk-Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. So, eigentlich bin ich ein Riesenfan von Lil Baby, aber ich sehe die Kritik. Sein letztes Album war wirklich nicht so das Wahre. Danke euch, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, Leute. Lasst eine Bewertung da und einen Kommentar. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.